Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, hier ist wieder heute mein Fritz der Handa. Ja, und heute fange ich an mit den, ja bei unseren Ausbildungsvideos, eure Aufträge zu erfüllen. So, jetzt aber erstmal ganz kurz nochmal zu den Aufträgen. Also, alles, könntet ihr sich von mir verlangen, ich soll jetzt einen Rothirsch mit einem Score von 300 und noch was erreichen. Sprechen oder jagen, werde ich nicht annehmen, denn bestimmte Score zu jagen, das braucht natürlich viel mehr Zeit und ich möchte nicht eine Woche für eine Aufgabe unterwegs sein. Es soll ja jeder irgendwie seine Aufgabe stellen können und deswegen habe ich mir jetzt erstmal rausgesucht, nein, ich muss dazu sagen, also Matthias Bockhoff hat sich gewünscht, ein Rothirsch mindestens 200er Score ins Herz mit der Anschütz. Mach ich nicht, würde aber der Auftrag heißen, eine Rothirsch, ins Herz mit der Anschütz, hätte ich ihn genommen. Also, Score weglassen. Dann, Mr. Lukix3. Von dir kamen vier verwilderte Schweine, was ja eigentlich okay ist, kein Problem, vom Baumsitz aus. Ich mache diese Teile hier, was ich jetzt mache mit euch, ist mit meinem zweiten Account. Ich habe aber auf meinem zweiten Account nicht alles und ich werde auch nicht alles kaufen, weil das, was ich jetzt schon da habe, waren schon über 50 Euro. Also Leute, ihr müsst schon schauen, ihr wisst, was ich habe. Hier, da sind meine Waffen. Ihr könntet dann auf Stopp gehen vom Video und euch das Ganze mal aufschreiben. Dann haben wir im Inventar die Zielfernrohre, das sind auch nicht alle, die dazugehörige Munition und die Lokmittel, was ich zur Verfügung habe. Und dann Fernglas, Entfernungsmesser habe ich nicht, ich habe nur Fernglas. Das Minigame, das interessiert nicht und große Ausrüstung habe ich gar nichts. Also ich habe kein Zelt, ich habe kein Baumsetz, ich habe kein Dreibein, weil ich nicht einsehe, dass ich in zwei Accounts rein investiere. So, ich muss quasi jetzt mit diesem, was ich jetzt hier habe, auskommen. Also daraufhin sollt ihr auch die Aufgaben für mich ausbalancieren oder aussuchen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, die Aufgabe zu übernehmen von Profi. Profi möchte, dass ich einen Maltierhirsch und einen Weißwittelhirsch schieße mit der 12GA, ohne Kohler und Spray. So, Spray, ich weiß es nicht, ob du jetzt auch den Geruchsreduzierer meinst. Ich benutze ihn jetzt trotzdem, aber wenn jetzt der, du sagst, nein, ich habe gesagt, komplett ohne Sprays, dann muss ich halt das Video neu machen. Aber ich habe es nicht versucht. Ich werde jetzt das Spray verwenden. Steigerung dazu mit dem Revolver. Ich nehme den 44er mit. Und die nächste Steigerung ohne Zielhilfe. Also ich nehme keine Zielhilfe mit. So. Das ist die Aufgabe, die Profi mir gestellt hat. Und die werde ich jetzt abarbeiten. Ähm. Ich werde jetzt den Maltierhirsch hier in diesem Gebiet jagen. Ja, Entschuldigung. In diesem Gebiet jagen und Moment. Das war jetzt falsch. Und dann werde ich, ich glaube, in diesem Gebiet ist das, wo ich den Weißwittelhirsch jage. Also ich werde dann einen Gebietswechsel machen. Es werden zwei Teile werden. Ich werde jetzt natürlich euch nicht die ganze Zeit mitnehmen, sondern erst ab da, wo ich die erste Spur habe von einem Maltierhirsch. Also entweder den ersten Call und dann die Spur gefunden habe. Oder dann vom, ähm, von der ersten Spur, die ich finde. Denn, ähm, mir geht's momentan nicht sehr gut. Ob's, da ist eine verkehrte Taste. Denn ich, äh, meine Erkältung, die wird, äh, wie immer schlimmer. Jetzt kommt er erst richtig. Und ja, da möchte ich euch nicht die ganze Zeit ins Mikro rüsten müssen. Gut, ja, also. So, dann, wie gesagt, ich marschiere jetzt los. Als, ja genau, noch mal kurz zur Info. Ich hab, man sieht, ich hab jetzt nur die Revolfe dabei, Rufi. Ich hab meine Munition dabei. Ich hab einen Geruchsreduzierer dabei. Ich hoffe, dass ich den verwenden darf. Und ansonsten hab ich auch so nur noch mein Fernglas dabei. Und das war's. Also, jetzt kann lange dauern, bis ich heute mal zu meinem Ziel komme. Oder besser gesagt, zu Rufi. Also, mach mir das jetzt. Okay, gut. Ja, wir sehen uns dann beim Hirschen. Beim Multi-Hirschen. Und, ja, dritten mir mal die Daumen hin. Bis dann. So, da bin ich wieder. Da oben kam schon der erste Korn vom Hirsch. Also, da, wo die Kurve ist. Und, ja, ich werd mich jetzt dorthin auf den Weg machen. Wird die Spur in Beschlag nehmen. Und dann werden wir der Spur folgen. Und vielleicht haben wir das dann doch ganz schnell erledigt mit dem Multi-Hirschen. Dann wär ja ein Teilziel schon mal erreicht. Gut, bis gleich. Ja, wir sind schon sehr nah dran an dem Maul-Hirsch. Ich glaub, das geht schneller als der Wachsatz. Er muss hier unten irgendwo sein. Ich seh ihn jetzt aber noch nicht. Ja, Rufi, so wie es aussieht, kann ich vielleicht meinen ersten Maul-Hirschen gleich schieben. Ich werd jetzt mal auf die Waffe umzwitschen. Also, es muss dann schnell gehen. Und ich hoffe, da unten, da unten, da unten, da unten ist er ja schon. Ja, ist das genial. Mal schauen, ob er das nicht was Besonderes hat. Merkmale oder so. Nein. Gut, er ist jetzt nicht besonders groß. Männlich, das ist schon mal ganz gut. Okay, dann wollen wir mal, oder? Der ist ja relativ... Entschuldigung, noch weit weg. Hab ich was denn noch versuchen? Und er liegt. Und er liegt, und er liegt. Mit dem ersten Schuss. Super. Das ist doch schon mal eine Ansage. Also, Hammer. Das erste Teil ziel erreicht. Ja, Profi, das ging schneller als erwartet. Ich glaube, es reicht doch ein Teil, den ich drehe. Ich habe eine Aufgabe. Ich werde es dann nur aufs Gebiet switchen. Und natürlich die Spuren links und rechts von dem Tier noch mitnehmen. Und dann schauen wir uns mal die Größe an. Ja, aber das heißt, noch lange nicht, dass es jetzt dann einfacher ist beim Weiswedelhirsch. Auf alle Fälle, bin ich froh, den ersten Treffer zu haben. So, da schau an. Dein Score hat 82,914 und das Gewicht 79,3 Kilogramm. Aus 33,6 Meter Entfernung mit dem Revolver. Mit dem 44er. Gut, es ist eine gute Sache. Jetzt zeige ich dir noch deine Trophäe. So, man versucht natürlich ein schönes Bild der Trophäe zu bekommen. Aber das wird natürlich immer schwierig, weil ich nämlich die Steuerung einfach nicht beherrsche. Ja, da guck, da guck. Und schieß. Ja, Profis erster Maltihorch von mir erlegt mit der 44er. Ohne Zielhilfe, ohne Locken. So, gut. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Und zwar, wenn ich das Gebiet gewechselt habe. Obwohl, wir können eigentlich ja hier auch, jetzt gibt es hier auch die Weiswedelhirsch. Und der... Nein, ich will das Gebiet wechseln, dass ein bisschen mehr Spannung hier reinkommt. Gut, okay. Ja, wir sehen uns dann später. Ich bin jetzt gerade mal 258 Meter gelaufen. Das ist natürlich, ja, schnell, schnell, schnell. Das ist gut. Okay. Was soll man da unten stehen? Nein, nichts. Das ist nur ein Ast. Das dachte ich schon. Hätte ich vielleicht gleich noch einen zweiten mitnehmen können. Gut. Ja, ich werde auf alle Fälle, wenn sich irgendwer anderes Tier vor meine Friente schmeißt, oder ob es noch vor sich 44er schmeißt, werde ich natürlich das mitnehmen, soweit es mir zugelassen ist. Und ich darf im 44er, darf ich eigentlich auf alles gehen. Wenn ich jetzt nochmal in meine Liste einschaue. Wo habe ich die genau? Außer natürlich Elch und auf Fassaden. Genau. So, gut. Okay, bis gleich. Ja, hallo und weiter geht's. Rufi, ich erledige jetzt deinen nächsten Auftrag. Und zwar den Weißwedelhirsch. Natürlich auch wieder mit dem 44er, ohne Cola, ohne den Urinsprays. Natürlich benutze ich aber meinen Rufsreduzierer. Gut. Steigerung natürlich, Revolver, dass ihr das auch seht. Revolver ohne Zielhilfe, nur mit der normalen Munition und sonst habe ich nichts in der Tasche. Gut, dann gehe ich jetzt mal los. Und dann schauen wir mal, was sich so ergibt hier. Und wir machen es so wie vorhin, wenn sich jetzt was ergibt, seid ihr bitte dabei. Ansonsten sind wir einfach still bis gleich. Ach ja, noch ganz kurz. Ich bin jetzt Settler Griggs. Es kann passieren, dass mir ein Bär über den Weg läuft. Den ich natürlich dann freudigerweise auch mitnehmen werde. Aber das werdet ihr dann schon sehen. Okay, wir sehen uns dann nachher wieder. So, die erste Spur habe ich aber von einem verwilderten Schwein, also nichts von einem Weißfädelfirsch. Aber wenn wir natürlich das so ein bisschen schweigen, also die Antreffen, dann werden wir natürlich das mitnehmen. So, was haben wir hier? 30 Gramm Champignon. Gut. Und für die Soße haben wir auch schon unsere Zulage. Wer sorgt für die Knödel? Gut, okay. Wir sehen uns dann später. Okay. Wir haben, oder ich sehe, oder ich habe den Call des ersten Weißfädelfirsches. Der ist ungefähr in dieser Richtung, da wo ich jetzt lang gehe. Ich werde da jetzt auch hingehen und nach so einer Spur suchen. Diese Spur werde ich jetzt hier nicht mitnehmen, denn ich möchte jetzt diese Spur, die ich habe, den Call, besser gesagt, nicht verwischen. Ja, ich bin gespannt, ob ich ihn schnell finde und schnell zur Strecke bringe. Und ja, wir sehen uns dann gleich, sobald ich jetzt bei die Spur habe. Bis dann. Ja, Leute, ich brauche gar nicht weit laufen. Da ist er schon. Schaut euch den an. Der Weißfädelfirsch. Ja, Weißfädelfirsch. Der ist zwar noch ein Stück weg. Ich werde jetzt gleich mal zu meiner Waffe greifen. Ja, Rufi, ich glaube, deine Aufgabe habe ich gut. Deine Aufgabe habe ich relativ schnell erledigt. So wie es ausschaut, sonst läuft es gerade direkt auch nicht zu. Der ist ganz ruhig. Ich verstecke mich jetzt wieder in den Busch. Der kommt da. So, und dann schauen wir mal. Ja, erliebt. Weißfädelfirsch. Teilaufgabe Nummer 2 für Rufi erledigt. Ja, Rufi, ich wünsche dir dann auf alle Fälle einen guten Appetit. Ich weiß jetzt, der Maul-Türsch war jetzt nicht besonders groß, aber ich glaube, für den hohen Zahn reicht es. Und ich hoffe, ich habe die Aufgabe bestanden. Und ja, ich freue mich auf alle Fälle auf deinen Kommentar. Und jetzt schauen wir langsam mal, was dort liegt. Ich bin sehr gespannt. Er scheint relativ klein zu sein. Also, es gibt größere. Aber, ich habe ihn. Und ich habe die Aufgabe rasend schnell erledigt. Das ist doch genial, oder? Weißfädelfirsch, 62,7 Kilogramm, der Score 56,888 aus 58,4 Meter in den Körper. Aber, ja, die 44er, die stoppt halt alles. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt die Trophäe für dich noch bekommen. Ja, ich hoffe, ich kriege es auch wieder irgendwie wunderbar hin. Für dich dann, dass du den siehst. Jawohl, hier, da guck. So, Profi, bin ich Nummer 1. Also, Nummer 2. So, gut. Ja, ich habe die Aufgabe für dich erfüllt. Nehme ich mal an. Ich hoffe, dass du zufrieden bist. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich bin bei diesem Tier 399 Meter gelaufen. Also, ich hatte wahrscheinlich heute ein Riesen-Click. Und ja, das ist auch gut so. Und dann, dann geht das Ganze auch schneller. Ja, und wie gesagt, wenn ihr anderen alle wollt, dass ich eine Aufgabe für euch erledige, dann schreibt mir diese Aufgabe. Und ich werde sie machen. Aber bitte ohne Score-Angaben. Und nur, was ich auch auf diesem Account besitze. Also, ich werde diese Aufgabe nicht machen, wie Baumsel, Tarnzell, bla bla bla, was ich nicht besitze. Denn ich möchte eigentlich mit dem zeigen, dass man mit dem wenigen, was man eigentlich sehr wenig ausgibt, also mit dem Spiel an sich, und dann noch 20, 30 Euro so dazulegt, was man dann hat und was man damit erreichen kann. Gut, ja. Wir sehen uns dann auf alle Fälle beim nächsten Mal, bei der nächsten Aufgabe. Und, Rofi, ich wünsche mir von dir, dass du, ja, was machst du? Ja, dass du ganz einfach einen netten Kommentar drunter schreibst. Und natürlich an alle anderen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Und bitte, wenn es euch gefällt, abonnieren, liken, teilen und was auch immer. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.